So liebe motorsportmagazin.com Freunde und MotoGPFix, das letzte Rennen vor der Sommerpause liegt hinter uns, jetzt gibt es über 5 Wochen keinen Rennbetrieb, aber wenn ihr geglaubt habt, dass uns in dieser Zeit langweilig wird, dann habt ihr euch mächtigiert, warum das so ist, das besprechen wir in den nächsten paar Minuten. Beginnen wollen wir heute mit dem Rennen, mit der kurzen Besprechung des Rennens, aber das soll heute nicht den großen Teil dieses Videos ausmachen, denn da müssen wir uns ehrlich sein, das Rennen heute in Arsenal, das war kein ganz großer Klassiker, Fabio Cottero hat gewonnen mit überlegener Pace vor Teamkollege Merrick Vinales und schon mir hat das Podium komplettiert als dritter, sonst noch erwähnenswert, Marc Marquez mit einer starken Aufholjagd von Platz 20 auf Rang 7, Valentino Rossi, der ist ausgeschieden, zu Sturz gekommen, der hatte aber generell schon einen schlechten Start, ist dann eben auf Rang 17 liegend, zu Sturz gekommen, auch Jack Miller ist ausgeschieden, für den ist es natürlich Bittarbeiter eben in der WM einige Punkte, sehr wichtige Punkte auf Fabio Cottero verloren hat. Schauen wir uns den WM-Stand noch kurz an, Fabio Cottero führt jetzt 34 Punkte vor Jean Sarko, 47 vor Bagnia, 55 vor mir, 56 vor Miller, 61 vor Vinales und 71 vor Oliveira. Das ist so der Bereich, wo man sagen kann, da befinden wir uns noch in zumindest einigermaßen realistischen Abständen, wo vielleicht der weltweite Titel noch möglich ist, wenn es eine sehr gute zweite Saisonhälfte gibt. Aber jetzt kommen wir zu dem, was in diesem Wochenende wirklich spannend war und das ist nicht auf der Strecke passiert. Ja, begonnen hat das ganze Drama, das wir jetzt besprechen wollen, das ganze Chaos am Samstagabend. Und ich muss gestehen, ich bin da gerade mit meinen Kollegen von motorsportmagazin.com hier bei uns im neuen Büro gesehen, wir haben uns das EM-Spiel Österreich gegen Italien angesehen. Und plötzlich meint der Kollege Höller so zu mir, hast du schon gelesen, was mit Vinales ist, du hast ja nicht gesagt, was ist passiert. Tatsächlich, das Gerücht ist aufgekommen, Samstagabend, Mary Quiniales soll Yamaha noch mit Saisonhälfte 2021 verlassen, er hätte eigentlich Vertrag für 2022 und soll zu Aprilia wechseln. Das Gerücht in die Welt gesetzt oder das Gerücht verbreitet hat auf Twitter ein gewisser Ricard Jove, der wird jetzt vielleicht nicht vielen von euch etwas sagen. Der hat aber sehr gute Verbindungen ins Umfeld, würde ich mal sagen, von Mary Quiniales und zwar war dieser Mann der Teammanager von Mary Quiniales, als er noch in der Moto3-4-Avincia gefahren ist. Da erinnern Sie sich vielleicht noch ein paar dran, es ist dann auch nicht ganz so rosig zu Ende gegangen, da gab es dann diesen Streik mehr oder weniger von Vinales, wo ein Zepan gesagt hat, nee, ich drehe einfach nicht an. Hatte damals noch intakte Titelchancen, also da ist es auch nicht so ganz rosig auseinandergegangen. Und dieser Mann ist jetzt TV-Experte in Spanien bei den Kollegen von Saison und der hat eben auf Twitter, einen Tweet abgesetzt und hat gesagt, Mary Quiniales verlässt Yamaha, löst den Vertrag auf, er wechselt zu Aprilia, das kann er zu 95% so bestätigen. Spanierische Kollegen sind danach aufgesprungen drauf, die großen Sporttageszeitungen, die AS, die Marca, haben natürlich auch sehr gute Verbindungen ins Umfeld von Mary Quiniales und haben eben auch diese Informationen bestätigt, ebenfalls Yamaha-Trennung und er wechselt zu Aprilia. Soweit, so gut. Die Aufregung war natürlich groß dann im Fahrerlager, Sonntagmorgen Warm-Up, da haben sich regelrechte Schlangen gebildet vor den Boxen von Monster Energy Yamaha und von Aprilia Gressini. Eigentlich haben sich unsere TV-Kollegen da relativ vergebens angestellt, denn von Yamaha hat man nur gehört, kein Kommentar dazu, man sagt nichts zu dieser Situation bei Aprilia ganz ähnlich. Da hat sich dann aber zumindest der Aprilia Racing-CEO Massimo Rivola später zu einem Statement durchgerungen und er hat gemeint, nee, es gibt keinen Kontakt zwischen Aprilia und Mary Quiniales. Da müsste man zuerst mal sehen, ob Yamaha überhaupt bereit ist, diesen Vertrag aufzulösen. Also man möchte da quasi nicht hineingrätschen, wenn Yamaha und Vinales noch einen gültigen Vertrag haben. Wenn das so wäre, wenn Yamaha bereit wäre, den Vertrag aufzulösen, dann wäre Vinales natürlich ein sehr interessanter Mann für ihr Projekt und dann würde man natürlich auch mit ihm sprechen und würde versuchen, ihn zu holen. Soweit die Ausgangslage. Mary Quiniales ist am Sonntag ein sehr gutes Rennen gefahren, ist Zweiter geworden, sein bestes Ergebnis seit dem Sieg beim Saisonauftakt in Katar. Da müsste man jetzt meinen, dass der zufrieden wäre damit, es war aber genau das Gegenteil der Fall. Also schon bei der Ankunft im Park Vermeer hat er sehr mürrisch gewirkt, also da ist eigentlich kein Lächeln ausgekommen, kein Freudenschrei oder dergleichen. Dann am Podium auch ganz bizarre Szenen, also Mary Quiniales, der Blick hätte eher auf eine Beerdigung, als auf eine Siegesfeier gepasst. Teammanager Massimo Maregali wollte dann mit seinen Fahrern, mit Fabio Quattararo und mit Mary Quiniales den Sieg feiern, wollte dann gemeinsam ein Siegerfoto machen. Vinales hat sich da gesträubt, den Shampoos, den hat er auch so neben liegen lassen. Das war schon mal sehr bizarr, dann ging es in die Pressekonferenz, da hat Mary Quiniales diese Gerüchte ganz klar dementiert. Er meinte, er hat nur diesen Tweet von diesem Typen von The Zone gesehen, er weiß natürlich nicht genau, wie der Herr heißt. Er meinte nur, es ist absoluter Blödsinn, da ist nichts dran. Hat sich dann eine relativ bizarre Pressekonferenz auch entwickelt, in der Mary Quiniales eben meinte, einerseits ja, da ist nichts dran an den Gerüchten, andererseits er weiß nicht, ob nächstes Jahr noch Yamaha fährt. Hat sich dann irgendwie auch immer komisch rausgeredet, auf Fragen gar nicht geantwortet. Zum Beispiel auch die Frage, wie man diese schlechte Stimmung im Team quasi wieder den Griff kriegen kann, die ja offensichtlich war eben, weniger Minuten zuvor meinte er, nein, es ist alles super gut, also war wirklich schräg. Ob Mary Quiniales jetzt tatsächlich zu Aprilia wechseln wird, das wissen wir noch nicht, das sind nur Gerüchte. Ich glaube, als Fakt kann man aber ansehen, Mary Quiniales und Yamaha, das hat keine Zukunft mehr, das ist einfach ein zerrütteres Verhältnis da. Die Stimmung passt überhaupt nicht, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die nochmal zusammenfinden. Soweit also mal die Lage bei Mary Quiniales. Am Transfermarkt für die MotoGP Saison 2022, da gibt es jetzt neben Mary Quiniales, der relativ spontan aufgeht, da auch in dieser Position, gibt es da noch eine zweite ganz große Königsfigur, die kennen wir schon seit längerem, das ist natürlich Valentino Rossi. Da ist die große Frage, beendet er seine Karriere, macht er weiter? Wenn wir kurz jetzt mal die Situation zusammenfassen, Valentino Rossi hat eigentlich von Beginn an gesagt, Sommerpause, das ist die Zeit, da wird er sich entscheiden, macht er weiter, hört er auf. Da bleibt es auch, das hat er heute bestätigt, er meinte dieses ganze Vinales-Thema, wo er demnächst etwas kommen könnte, das beeinflusst ihn nicht, er bleibt dabei, in der Sommerpause jetzt, in den nächsten paar Wochen trifft er seine Entscheidung. Jetzt ist es so, Valentino Rossi hat in seinem ersten neuen Saisonrennen bis zur Saisonhalbzeit eben 17 Punkte geholt. Das ist wahnsinnig weniger, es führt schlecht als der Stammfahrer, also weit hinter dem, was man von einem Mann seines Kalibers erwarten kann. Natürlich kann Valentino Rossi keine Entscheidung treffen, das ist ganz klar, die Frage ist aber, ob das der entscheidende Punkt ist, denn, wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, Valentino Rossi hat eine Leistungsklausel in seinem Vertrag drinnen, die hat Yamaha festschreiben lassen und 17 Punkte aus neun Saisonrennen, das wird nicht reichen, um diese Leistungsklausel zu erfüllen. Also, den Abschied von Valentino Rossi bei Petronas Yamaha, das können wir wahrscheinlich als relativ fix betrachten. Das ist sportlich einfach zu wenig, auch weil natürlich Valentino Rossi für jedes Unternehmen, für jedes Team und für jeden Hersteller, marketingtechnisch der absolute Joker ist quasi, aber wenn es sportlich eben nichts mehr rausschaut, dann bringt das Ganze auch nichts. Was passiert jetzt mit Valentino Rossi? Bei Petronas Yamaha ist er ziemlich sicher raus, jetzt würde man meinen, eigentlich kannst du nicht nur das Karriereende sein, das ist auch die mit Abstand wahrscheinlichste Möglichkeit, allerdings, an diesem Rennwochenende haben wir auch erfahren, die offizielle Bestätigung, es wird 2022 dieses VR46 Team in der MotoGP geben, man wird Ducati Motorräder fahren, wir wissen Luca Marini, der ja aktuell schon bei Avincia, dieses Team wird ja dann von VR46 übernommen, Luca Marini ist aktuell schon am Start, ist der Halbbruder von Valentino Rossi, ist ein Academy-Mitglied, der hat seinen Platz quasi fix und der zweite Platz, der ist noch offen. Da wurde jetzt grundsätzlich immer Marco Pesecchi eigentlich als der logische Kandidat gehandelt, ebenfalls Academy-Pilot in der Moto2, absoluter Spitzenfahrer, kämpft da um Siege und Podiumsplätze, der wäre die logische Wahl. Jetzt ist es aber so, dass das Geld für das VR46 Team in der MotoGP, das kommt ja zukünftig aus Saudi-Arabien, da hat man sich ja mit der saudischen Königsfamilie angefreundet und bekommt das Geld jetzt von dieser Königsfamilie. Und der Prinz, der das Ganze eingefädelt hat, diesen Deal, das ist Prinz Abdulaziz bin Abdullah al-Saud, der hat jetzt in der Pressemitteilung, wo dieses ganze Team verkündet wurde, hat da auch ein kurzes Statement bekommen und der meinte, es würde ihn sehr freuen, wenn 2022 Luca Marini und Valentino Rossi in seinem Team fahren würden. Valentino Rossi war da selbst ein bisschen überrascht davon, zumindest hat er so reagiert, als er darauf angesprochen wurde. Natürlich würde das dem Prinz sehr gut gefallen, das ist klar, wie gesagt, marketingtechnisch war das natürlich großartig, aber Valentino Rossi hat das selbst ein bisschen weggewischt, er gemeint. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ich 2022 nach MotoGP fahren werde, das soll man niemals nie sagen, aber diese Variante können wir wohl eher ausschließen. Es deutet sehr, sehr, sehr viel darauf hin, dass Valentino Rossi 2021 zum letzten Mal in der MotoGP als Fahrer unterwegs ist. 2022 geht es nochmal eher auf vier Rädern weiter. Es gibt ja schon erste Gerüchte, dass es ihn in die Langstrecken-Weltmeisterschaft zieht, dass er dort mit einem Ferrari in den Start geht. Das ist die wahrscheinliche Variante. Wenn ihr mehr zum neuen V46-Team in der MotoGP erfahren wollt, dann solltet ihr euch unser Printmagazin holen. Also das solltet ihr eigentlich immer machen. Wir haben noch ein paar Exemplare von der Nummer 78 über. Die Nummer 79 kommt jetzt auf den Markt, die könnt ihr euch auch schon sichern. Am besten gleich beide Ausgaben sichern, am allerbesten gleich ein Abo abschließen, dann verpasst ihr keine Printausgaben mehr. Da ist nicht nur bei V46-Team drinnen, da ist eine Geschichte zum Marc Marquez drinnen und so weiter und so fort. Alles, was das MotoGP-Fanherz begehrt. Also, wenn ihr wissen wollt, wie er zu unserem Magazin kommt, dann ab mit euch unten in die Beschreibung des Videos. Da haben wir das alles ganz genau erklärt. Abonniert unser Printmagazin. Macht euch eine Freude, macht uns eine Freude. Ihr werdet es nicht bereuen. So, fassen wir also zusammen. Meryl Kuniales, der ist bei Yamaha relativ sicher raus. Valentino Rossi, der ist bei Petronas Yamaha auch relativ sicher raus. Wie geht es jetzt weiter? Die logische Variante ist, Franco Morbidelli, der ja aktiv bei Petronas Yamaha fährt, der da vor allem im Vorjahr sehr gute Leistungen gezeigt hat, der würde aufrücken auf den Platz von Meryl Kuniales. Also hätte man dann im Bergsteam vorher bei Fabio Cortaro, der bleibt, und Franco Morbidelli als neuer Teamkollege. Das bedeutet jetzt aber auch, man hat zwei freie Plätze bei Petronas Yamaha zu vergeben. An wen vergibt man die jetzt? Das ist die große Frage. Gibt es mehrere Möglichkeiten, mehrere Kandidaten? Die erste Richtung, aus der die Ersätze kommen könnten, ist das Superbike-Lager. Da hat Yamaha wirklich gute Fahrer. Da hat man einen Topper Kratzka-Lioglu, der sich in dieser Saison, auch in der Vorsaison, schon immer wieder sehr stark präsentiert hat. Der wäre dann eine Möglichkeit, da gab es auch immer schon wieder erste Gerüchte, dass man Interesse hätte, den eben in die MotoGP zu transferieren. Dann gibt es da einen Garrett Gerloff. US-Amerikaner ist natürlich immer gerne gesehen in der MotoGP. Die ein sehr großer Markt, der aktuell leider nicht bespielt werden kann. Gerloff war ja auch an diesem Wochenende in Assen im Einsatz als Ersatz für Franco Morbidelli. Er hat seine Sache da, glaube ich, ganz ordentlich gemacht, auf einer Strecke, die er bislang nicht kannte. Der wäre noch eine Möglichkeit. Dann gibt es natürlich bei Petronas im Moto2-Team den eigenen Nachwuchs sozusagen. Da hat man einen Kavi Werche, da hat man einen Jake Dixon. Die würde man gerne hochziehen. Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Die haben mich jetzt in der Moto2 beide nicht wirklich überzeugt. Ob die wirklich das Zeug haben für die MotoGP, würde ich mal ein bisschen vorsichtig sehen. Aber auf jeden Fall, auch da gibt es immer wieder die Gerüchte, dass man das gerne hätte, dass man die Jungs oder zumindest einen der beiden gerne in die MotoGP hochholen würde. Und dann gibt es da noch einen Namen, der seit ein paar Tagen und Wochen intensiv die Runden macht, immer wenn es irgendwie um den Fahrermarkt, den Transfermarkt in der MotoGP geht. Und das ist Raul Fernandes. Raul Fernandes, Moto2-Super-Rookie kann man sagen. Jetzt auch in Assen das Moto2-Rennen gewonnen. Ist da in der WM auf dem zweiten Platz hinter den Teamkollegen Remy Gardner. Remy Gardner hatte ja bereits seinen MotoGP-Platz für 2022 fix bei Deck 3 KTM. Und es war eigentlich mehr oder weniger so die logische Lösung, die jeder gedacht hat, ach Raul Fernandes wird den Aufstieg machen. Auch der geht zu Deck 3 KTM, weil aktuell mit Betrutschen und Leckonen ist man jetzt semi-zufrieden, würde ich mal sagen. Und somit würde man da eben zwei wirklich schlagkräftige Jungs hochziehen bei KTM und würde gleichzeitig in der Moto2 genug Platz schaffen, um da auch Pedro Acosta aus dem Moto3 hochzuziehen, der ja dort in diesem Jahr die Gasse wirklich im Sturm erobert hat. Das war die logische Variante. Seit ein paar Tagen hört man aber auch immer wieder im Fahrerlager, dass Yamaha Interesse hat daran, Raul Fernandes von KTM abzuwerben. Und ihn dann eben im Petronas Yamaha-Team, das man eigentlich so als Nachwuchsteam geplant hat. Die Sache jetzt mit Valentino Rossi in dieser Saison, das war ein bisschen eine Ausnahme. Und ihn dort zu parken eben und dort quasi hochzuziehen, um dann in ein paar Jahren vielleicht einen nächsten Werksfahrer zu haben. Es ist natürlich so, dass Raul Fernandes mit einem KTM-Vertrag ausgestattet ist. Kolportierte Ablösesumme sozusagen, wie man es aus dem Fußball kennt, soll eine halbe Million sein. Nein, die hätte Yamaha wohl, wenn Mary Queen Yales das Team verlässt. Und der ist, was man so weiß, oder was man so hört, wissen tut man es ja nicht. Der zweitbestverdienende MotoGP-Pilot, nur geschlagen von Marc Marquez in dieser Liste. Also wenn man mit Yales da von der Lohnliste runterbringt, dann hätte man wahrscheinlich diese halbe Million für Raul Fernandes zur Verfügung. Da blickt aktuell auch keiner so genau durch. Raul Fernandes sagt, er bleibt wahrscheinlich in einem Moto2. Es gibt immer wieder die Gerüchte, manche Mädel haben schon als Fix vermeldet, dass er zu Tech3-KTM geht, dann eben die Gerüchte von Petronas Yamaha. Man weiß es nicht, das ist eben auch eine Variante, dass der Mann da auf einer M1 sitzen könnte im nächsten Jahr. Dann haben wir jetzt noch einen Namen, den wir ebenfalls schon jetzt so ein paar Mal durch dieses Transfermarkt-Thema durchgetrieben haben. Das ist Andrea Dovizioso. Der gönnt sich ja 2021 eine Auszeit, hat aber immer wieder betont, und er möchte 2022 zurückkommen als Stammfahrer in die MotoGP. Dann gab es dieses Testprogramm mit Aprilia, auf das man sich geeinigt hat. Da hat dann schon sehr viel darauf hingedeutet, okay, Andrea Dovizioso wird 2022 wieder Stammfahrer werden bei Aprilia, wird Lorenzo Salvatore ersetzen und mit Alessia Spargaro eben die Fahrerpaarung bilden. Na, jetzt gibt es aber eben dieses Mary Queen Yales und Aprilia-Gerücht. Wo bleibt dann Dovizioso? Der könnte auf der Strecke bleiben. Massimo Rivola hat es schon zu Beginn dieses Wochenendes angekündigt. Er meinte, ja, wir hätten Dovizioso schon gerne, aber er muss sich jetzt irgendwann mal entscheiden, weil wir können nicht ewig warten. Also das deutet schon auch ein bisschen in die Richtung, dass man da eben schon auch auf einen Mary Queen Yales schielt zum Beispiel. Also Andrea Dovizioso, im blödesten Fall, könnte der auf der Strecke bleiben. Er könnte aber auch zu Betonais Yamaha gehen, wenn die nochmal Interesse haben, einen Routinier zu holen. Also jede Menge Chaos, jede Menge Variablen, jede Menge Parameter, die da aktuell am Fahrermarkt so rumgaustern. Ganz schön schwer den Überblick zu behalten. Ich hoffe, ich habe es für euch einigermaßen logisch erklärt. Wenn ihr noch Fragen habt, dann bitte ab mit euch in die Kommentare, schreibt es mir gerne unten rein. Wir versuchen dann möglichst viele Fragen zu beantworten zu diesem Thema. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, natürlich wie immer gerne einen Daumen dalassen, unseren Kanal abonnieren, wenn ich es nicht schon gemacht habe und am besten auch gleich die Glocke läuten, denn dann gibt es jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn wir hier neue Videos am Kanal haben. Das wird auch in den nächsten Wochen der Fall sein. Es ist zwar Sommerpause, wir gönnen uns ein bisschen Urlaub, aber natürlich sind wir immer für euch da. Es wird ja, so wie es aussieht, auch einiges zu besprechen geben, auch wenn es keine Rennen gibt, aber am Transfermarkt geht es mächtig rund. Das Karussell dreht sich auf Hochtouren. Also in diesem Sinne, wir halten euch auf dem Laufenden. Ich wünsche euch trotzdem schon mal eine schöne Sommerpause. Gönnt euch ein paar Wochen Ruhe, macht einen schönen Urlaub und dann sehen wir uns frisch gestärkt und dann in Spielberg auch wieder an der Rennstrecke zurück. Der Kollege Höller und ich können endlich wieder an die Rennstrecke, werden es wieder live erleben. Da freuen wir uns beide schon sehr drauf. Und bis dahin, schöne Sommerpause. Bis bald. Servus und ciao.